Was sind eigentlich deine Erwartungen an dich, dein Umfeld, das Leben? Wie du es schaffst, mehr Freude in dein Leben zu bringen, darum geht es in dieser Folge. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Ich bin mir ganz sicher, dass du das kennst, morgens aufzuwachen und gefühlt mit dem falschen Fuß aufzustehen. Die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Du verpasst deinen Bus, kommst zu spät zur Arbeit, hast vielleicht noch nicht mal gefrühstückt. Dann gibt es auch noch Kollegen, von denen du ganz sicher bist, dass sie dir bestimmt nichts Gutes wollen. Und auf einmal scheint an diesem Tag nichts so zu funktionieren, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Ich kenne diese Tage auch noch, aber um ehrlich zu sein, ist es tatsächlich schon ein bisschen her. Und warum das so ist, das werde ich dir ja jetzt gleich erzählen und dir auch drei Tipps an die Hand geben, mit denen du es wirklich schaffst, mehr Freude statt Frust in dein Leben zu bringen. Was ich festgestellt habe in den letzten Jahren immer wieder und vor allem auch durch Aufmerksamkeit ist, ist, dass es absolut in meiner Kraft, in meiner Möglichkeit und auch in meiner Verantwortung liegt, meine Energie zu leiten. Und zwar bewusst. Das ist ein Potenzial, das jeder von uns hat. Bewusster zu werden mit uns selbst, mit unserem Umfeld und auch mit dem Leben. Vielleicht kennst du das auch, wenn du eine Freundin hast, die schwanger ist und plötzlich läufst du durch die Stadt und überall siehst du schwangere Frauen. Wenn du in einem Raum mit 500 Leuten sitzt und du schließt deine Augen und bekommst die Aufgabe, zu sagen, wie viele Menschen mit roten T-Shirts oder roten Pullis in diesem Raum sitzen, wirst du deine Augen aufmachen und dir werden plötzlich ganz viele Menschen auffallen mit roten Oberteilen. Das kannst du gerne mal für dich ausprobieren. Was heißt das? Das heißt, dass wenn wir innerlich eine Anweisung sprechen, eine Intention, etwas worauf wir uns fokussieren, dann werden wir auch innerlich sofort darauf getunt, das zu bestätigen. Und genauso ist es wie mit dem falschen Fuß aufzustehen. Wenn du dir morgen schon sagst, ach du Jemine, das wird ja schon ein super Tag, der hat ja schon klasse gestartet, dann besteht eine sehr hohe Chance, dass du im Laufe des Tages immer wieder in Situationen kommst, in denen du diese Meinung bestätigen möchtest. In denen du sagst, ach ja, das hat ja heute Morgen schon so angefangen, ist ja klar, dass das so weiterläuft. Was heißt das jetzt für dich? Du hast die Kraft und du hast die Möglichkeit und das Potenzial, das selber zu beeinflussen. Und ich möchte dich einladen, damit mal ein bisschen zu spielen, dich ein bisschen neugierig zu machen, das mal auszuprobieren, mit Energie ein bisschen zu spielen, mit Bewusstsein und mit Aufmerksamkeit. Erinnere dich daran, dein Innerstes sucht immer nach Bestätigung, egal was du ihm gibst. Wenn du ihm also gibst, so ein Misttag, das kann ja nur eine Katastrophe werden. Ja, wenn du diese Erwartungshaltung hast an den Tag, dann besteht eine sehr hohe Chance, dass du das auch so erleben wirst. Genauso, was sind deine Erwartungen an dich, an dein Umfeld, an das Leben? Ja, erwartest du Dinge von dir und bist dann enttäuscht, wenn sie nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst? Was sind deine Erwartungen an dein Umfeld? Ich möchte dich einladen, jetzt hier gut zuzuhören. Vielleicht willst du es dir sogar aufschreiben, denn ich gebe dir jetzt mal drei Tipps, die dich in dem Prozess unterstützen werden, mehr Freude in dein Leben zu ziehen. Statt dich an Erwartungen zu frustrieren, sie freudig entgegenzunehmen und freudig zu erwarten. Also, was kannst du selber dafür tun? Erstens, lade die Freude, lade Wunder ein. Freudige Erwartungen. Ich habe mal gesagt, ich hätte keine Erwartungen. Vielleicht kennst du auch den Spruch, wer keine Erwartungen hat, der kann auch nicht enttäuscht werden. Genauso funktioniert es aber auch andersrum. Wenn ich freudige Erwartungen habe, dann kann ich Freude erwarten. Lade also Freude und Wunder ein in dein Leben. Wie kannst du das tun? Indem du zum Beispiel morgens, bevor du in deinen Tag startest, nachdem du aufgewacht bist, bevor du dein Telefon in die Hand nimmst und Social Media checkst oder was auch immer tust, deine Augen schließt, ein paar Mal tief ein- und ausatmest und innerlich für dich den Satz sprichst, heute bin ich voller freudiger Erwartungen. Und dann starte mal in deinen Tag und beobachte mal, was so dir an diesem Tag über den Weg läuft. Das klingt jetzt vielleicht ganz schön wuhu, vielleicht hast du auch die letzte Folge dir einmal angehört, Why Wuhu Works. Es ist alles Energie. Wir sind Energie, unsere Gedanken sind Energie und aus unseren Gedanken entstehen unsere Worte und auch unsere Taten. Also fang mit deinen Gedanken an. Sprich innerlich diese Intention. Heute bin ich voller freudiger Erwartungen. Damit lädst du Freude ein. Zweitens, ganz, ganz wichtig, hör auf dir einzureden, dass die Dinge immer so sein müssen. Wir halten so oft an Drama fest und kreieren es zu 99,9% selber, weil die Dinge immer nur die Bedeutung haben, die wir ihnen geben. Fehler sind Erfahrung. Erfolge sind Erfahrungen. Der einzige Unterschied zwischen Fehler und Erfolg ist die Bedeutung, die wir diesen Wörtern geben. Für mich sind Fehler zum Beispiel auch ein Erfolg. Warum? Weil ich dadurch etwas gelernt habe. Und damit kann ich jetzt weitergehen. Damit ist es also eine Erfahrung, die mir hilft, in Zukunft Dinge anders zu machen, wenn ich das möchte. Also bitte, 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 hör auf, diesen Drama festhalten zu müssen. Nur weil die Dinge irgendwie vorher nicht so funktioniert haben, wie du dir das vorgestellt hast, nur weil deine Erwartungen vorher an dich oder an andere völlig unrealistisch und riesig groß waren oder du dir im Perfektionismus selbst einredest, du müsstest immer alles zu jeder Zeit, musst du gar nicht. Ja, also hör auf, dir das mal einzureden. Mach dich frei davon. Probier es einfach mal aus. Ja, immer wenn du dich dabei erwischst, wie du wieder sagst, ach ja, habe ich doch gewusst, das war doch schon immer so, ist doch völlig klar, dass das passiert. Erlaub dir, das wahrzunehmen, dir ein Lächeln zu schenken und es loszulassen und schau mal, was dann passiert. Drittens, Energie folgt Aufmerksamkeit. Wo möchtest du deinen Fokus hinrichten? Was sind deine Erwartungen an dich, dein Umfeld, das Leben? Vielleicht möchtest du das mal aufschreiben. Was sind denn deine Erwartungen an dich, dein Umfeld und das Leben? Schreib doch mal pro Teil an dich, dein Umfeld, das Leben drei Dinge auf. Was sind deine Erwartungen? Und dann überprüf mal, sind die positiv optimistisch oder sind sie eher negativ pessimistisch? Und dann erlaub dir doch mal auszuprobieren, ob du auch drei Dinge aufschreiben kannst, die freudige Erwartungen sind. Was sind freudige Erwartungen an dich? Ja, vielleicht, dass du energetisch und kraftvoll durch die Woche gehst an dein Umfeld. Was sind deine freudigen Erwartungen? Dass du mit Respekt und mit Freundlichkeit behandelt wirst und das mit deinem Umfeld auch tust. Was sind deine freudigen Erwartungen an das Leben? Dass ich den Moment genießen kann, dass mir Momente geschenkt werden, an denen ich mich lange erfreue. Das sind jetzt nur Beispiele. Wichtig ist, dass du es tust. Denn das macht den Unterschied. Es braucht deine Handlung, es braucht deine Aktion, damit sich etwas verändert. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du immer dasselbe machst, immer dieselben Erwartungen hast und es dadurch besser wird. Per Definition nennt man das Wahnsinn. So sagte zumindest Herr Einstein, falls dir der ein Begriff ist. Also, erstens, was kannst du tun für mehr Freude statt Frust? Freudige Erwartungen. Erstens, lade die Freude, die Wunde ein. Sprich morgens für dich mit geschlossenen Augen mal diese Intention, dass du sagst, heute bin ich voller freudiger Erwartungen. Mir werden wundervolle Dinge geschehen, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist, aber ich weiß, ich bin voller freudiger Erwartungen. Zweitens, quit the drama, ja? Hör auf, das Drama zu suchen und die einzureden, dass die Dinge immer schwer, immer anstrengend, immer doof oder nur weil der Tag so gestartet hat, muss auch der Rest des Tages so sein. Befreie dich mal davon, dass es immer so weitergehen muss, nur weil eine Sache nicht so deinen Erwartungen entspricht. Drittens, Energie folgt Aufmerksamkeit. Richte deinen Fokus bewusst auf das, was freudige Erwartungen sind an dich, dein Umfeld und das Leben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bitte tu es, ja? Es bringt nichts, nur diesen Podcast zu hören, ja, weil Wissen ist nur potenzielle Macht. Es ist wichtig, dass du es auch tust. Also probiere es aus. Ich lade dich ein auf die freudige Erwartungen Challenge. Mach das mal für eine Woche. Erlaub dir mal diese erste Novemberwoche, in der dieser Podcast rauskommt oder wenn du ihn später hörst, in welcher Woche auch immer du gerade bist, erlaub dir mal eine Woche lang ganz bewusst morgens diese Intention zu sprechen, dich von dem Drama zu befreien und dir bewusst zu machen, was für freudige Erwartungen du an dich, dein Umfeld, dein Leben hast. Schreib es auf. Aus dem Kopf, auf Papier. Mach nochmal einen riesen Unterschied für dein Unterbewusstsein und tune dich ein, damit dir schöne, freudige Dinge im Leben geschehen können. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier mit eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, mich mit dir zu verbinden. Also schau doch mal auch auf Facebook bei in meiner, vorbei, in meiner Gruppe A Place of Positivity. Da gibt es immer mal Inspiration, Gedanken und sogar auch Workouts, falls du Lust hast, dich ein bisschen zu bewegen und lass uns verbinden auf Instagram at victoriousvisions2018. Lass mich gerne wissen, was bei deiner freudigen Erwartungen Challenge rausgekommen ist. Benutze den Hashtag freudige Erwartungen und ich freue mich auf deine freudigen Erwartungen.